ich kann dich fangen wenn du hier rüberspringst willst du willst du mich vielleicht noch mal hoch lassen oder wie sieht es aus willst du mich einfach doch mal hier hoch lassen ich kann mich hier nicht mehr wiederbeleben ich kann mich hier nicht mehr wiederbeleben wirklich jetzt muss ich dass das ganze noch mal machen wegen dir muss kein sein ja antigenal jetzt nicht bitte raffen du machst mich einfach klein ich war klein und ne du musst mich ja kommt auf deutsch ja ich muss ja auch noch mal ein bisschen was machen chill doch ich darf dich keine sorge das ist nicht dein ernst ich hätte die jetzt aber jetzt doch guckst du doch an jetzt fang mich doch endlich mann du musst dich doch nur kurz berühren oh mann treu doch nicht so weit rein du spaß ich hab versucht weil es geht nicht ich seh das ich hab versucht ach du bist zu früh komm ja wirklich also echt mal hier ist es schon wieder so lächerlich jetzt fang mich jetzt fang ich hab dich doch und oh mama wie 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 hast du es geschafft oben 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 rechts um rechts um links jetzt verkehrt herum wirklich so wird es auch nichts ach du du wie kann man eigentlich so reintrollen oh nein oh das ist doch der richtige ich hab dich reingetrollt du bist aber nur kacke ich weiß nimm mich doch jetzt oh du bleibst doch einfach stehen alter naja hat er auch noch nicht oh mann da ey what happened ich bin ja auch gut denkst du mich warte warte mach du dir das für stimmgeräusche schrei sich nicht was ja nur mal anwenden dass ich aufnehme ne also nicht dass die stimmgeräusche sind mann ich hab nur mann gesagt ja ok lass ich ein video ich will dich nicht zieh mal schieb mal schieb den da um was wo was sprich einen satz schi 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 was willst du na wir schieben den block jetzt auf die linke seite ja ja aber dazu muss ich aber erst mal wieder hoch ja jetzt schieb ne das ist zu weit schieb ne das ist zu weit schieb ne das ist zu weit scheiße du musst auch herkommen du 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 muss das auch noch mal hier bedenken dass du dann darüber gehen muss warum sprichst du warum war was hat dich jetzt verleiht dazu auch zu springen wenn ich bringe was hat es uns gebracht willst du jetzt über jeden nach rechts was ist passiert bist du gestorben nein du musst noch mal hochkommen ja hier ist die brücke hast du bei mir umgeworfen die ist bei mir jetzt weiß ich wie du gestorben bist gut ich bin doch gestorben nein falsche richtung ich brauche dich auch ja ok man hätte so rüber gekommen aber ich brauche dich ja ich hole die pumpe noch hier unten da kommt nämlich nicht runter wie bist du da runter gekommen es ergibt halt so null sinn du bist du bist also bei dir ist ja so vorbei guck mal meinst du mann da ist alles normal ich kann es mir denken wie es aussieht ja der kommt da lang lol ja ja die guck dir den shit an dann links auch rum ja 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 ich hab mich auch gewundert wie du so quetsch worden bist aber ok gut ja ja ich hab's mal gesehen ich auch geil ja ich warte sammeln die punkte erst an ja aufmerksam ich werd sie schon wieder kommen ich glaub das ist jetzt ja 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 und damit das haben wir ja die doch ja ja dann ja ja ich habe angst das zurecht ich habe angst und das zurecht hast du nicht immerhin die punkte ist sicher ich glaube da ist noch was kannst du noch mal kurz reingehen ja warte 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 komm noch mal kurz her ich glaube du hast etwas vergessen jetzt konzentriere ich mal hier ich habe mich groß gemacht du hast mich wieder klein gemacht ich habe ich habe gar nichts gemacht ich war dabei groß wir sehen in deiner aufnahme da werden wir es genauso sind auch wir müssen zimmer jetzt weg sind ich weiß nicht wie ich das die ganze zeit überlebt habe dass ich da gestorben bin und dann habe ich das einmal zu früh ja chill doch man stress nicht so und saug nicht irgendwas leeres ein ach komm halt die schnauze ne ich habe so gut gemacht ja aber merkt kannst du kannst du einfach mal ich habe keine lust mehr auf so eine scheiße das ist das letzte level jetzt mal hin das ist nicht nache mann ich bin nicht konzentriere ich bin nicht lost das ist das erste mal dass ich in einem spiel lost bin nein ich habe es aber ich habe aber ich habe aber wann ich wechsel muss ich habe aber ich weiß aber wirklich nein 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 ich habe es wirklich aber ich habe es gerade zu früh gemacht ich war ich habe gepanickt sagst du hast die punkte nicht genommen nein nein du kannst du kannst die würfel dagegen werden da ist halt sie sich habe ich habe ich habe keine kommt kommen wir bekommen das ist gut so ein bündel hochgeboost sind ich habe nicht mehr schon ich habe zu drücken ich habe mich schon auch alles ich habe durch dich an die die ich den Weg willst du kurz mich wieder bewegen Ich ziehe es zu mir ein Stück und du kannst es dann haben. Meine Güte, wie so ein Kleinkind jedes Mal. Ach, Schnauze, da lutscht die Tür. Das war frech. Nee, brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Komm her. Wie so ein Kleinkind, Mami. Kannst du mal kurz bitte chillen? So, jetzt. 3, 2, 1, go. Soll ich wechseln? Ja. Ist eigentlich scheißegal. Nee, warte. Kannst du von 3... Kannst du bis 3 zählen? Ja, nee, du brauchst schon fett. Du musst schon fett sein. Und ich muss halt auch fett sein. Wirklich, ich hasse... Ich erzte, das ist die Wiener zur Stelle. Not gonna lie. Nee. Es liegt auch nicht richtig. Doch. Also, das ist jetzt besser, oder was? Definitiv ist es besser. Meinst du, das ist besser? Meinst du, das ist besser? Brauchst mich nicht wegschmeißen. Obergrußzicke. Ach, das wird so stressig, man. Hä? Ja, ich wollte... Ja, ja, du wolltest wieder zum Anfang. Ich hab schon verstanden. Nimm mich. Nimm mich. Schmeiß mich doch richtig. Ich hab das... Pussy. Ja, das ist... Mann, ja, komm, hier gehen. Nimm mich. Nimm mich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nee. Ne. Oh, maaann. Müssen wir beide drauf. Und ich muss sie hochschmeißen. Echt? Ja. Wo ist ein X, Mann? Ja, Mann. Wo ist ein X, oder? schon gesehen ich bin mir unsicher was damit vor ist wie wir das umsetzen ja hallo machen wir den ganzen kontrolle muss ich angst haben komplette plattform